Ich krieg schon ganz zeitlöse Eeeh, eine Mail auf den Eid Einfach weiter Ja komm Rain Hotzerain Ja, mach ich doch Nein, ich mach mich grad am Eid Pass auf die Mail auf Flash Du bist behindert Weiß Lauf Booy Ja du Ich brenne vor allem die ganze Zeit Das ist ja das Problem Ja und das ist ja nicht mein Problem Wir kriegen Besuch Ja und? Das ist doch nicht mein Problem Ich lauf jetzt einfach Ich lauf einfach Dachte ich mal Alter Ja Booy Alter die Scheiß Schütze da oben Ja Ja dann los Ja komm Amy down Lasse da noch So jetzt müsste es eigentlich schaffen oder? Ja wenn mal richtig treffen würde grad Irii Ich hab nichts gemacht Was hast du das? Das hat kann doch nicht Weil ich hatte Iridium Schaden noch drauf Ohhhh da kommt irgendwas in meinen Rücken Ich bin tot Ja war auch nur ein Warlord Ja War auch nur ein Warlord Vor allem hat auch nur noch so wenig gefehlt Wenn ich da gelebt hätte Oh 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 Aber die Viecher sind doch viel zu stark Ehrlich Finger weg Ah hier steht so ein Scheiß Geschütz die ganze Zeit Jaa Das ist das Problem gewesen Aber da kommt noch was Wut Was war das denn? Wut Ich hab'n 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 Ah das ist hier oben schon Okay Ja daaaann Ist das ja nicht so weit zu laufen Ich dachte das muss irgendwie weit laufen Nein nein Außer mit Alter das wär'n Jaa Erp 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 Nein Komm wir laufen weiter Jaa Machen wir schon Granate erstmal Hm Hm Die Waffen richten ja auch kaum noch Schaden aus Jaa Und von dir ist einfach Extrem viel Leben Ja das ist das Problem Das ist toll Dann bin ich der Schmiedertod Boah Da oben auch noch so ein Konstruktor Ja was hat denn Elektronschaden hier gemacht? Danke Gell? Boah diese Scheiß Törmiken Scheiß Dinger hier Na? Feldschützen Jaa Ach hier Aber Turbot So der schon mal down Meine Fresse ey Wer scheiß bot nervt Wie immer Weißt du doch So der ist auch down So Boah der da oben nervt So Boah der da oben nervt Boah der da oben nervt Boah der da oben nervt So Boah der da oben nervt Boah der da die ganze Zeit schießt Alter Ficken Fick Boah ey Boah ey Boah ey Wie war das grad klar Boah wie der einfach nur Schaden einsteckt Alter das ist wie so eine Schadenshure Der frisst einfach den ganzen Schaden durchgehend Ich hab schon gemerkt Ich hab schon gemerkt Schaffst du das da? Nö Na ist auch egal Fühlt auch egal Ja was denn Oh happy wins Jaa fett Wolle mal der so viel Schaden abkann der Pisser Boah er war noch so weit draußen Oh dann noch Nein da oben ist ein bot Ähm Sack Sack Geh drauf Komm schon Komm schon Komm schon Komm schon Du gehst drauf du Mistviech Yes Du aber auch Hallo Na und Sag auch noch mal Egal ich hab Ich hab bis ich die Kackwurst So jetzt hab ich die Scheiß geschickt Jetzt bist du Badass Loader dran Jetzt bist du dran mein Freund Oh jetzt bin ich doch Ja Badass Loader Korrosion Komm schon Heftig ne was du da an Schaden verleidest Korrosion Schaden Komm schon Weil dann Was du vor allem mein Munition verballerst Oh ja Und ich hab nix Oh Gott sei Dank Was ist denn hier unten Tschüss Centos Nö Wo denn Jetzt ja Arschloch Zu spät Einer Einer Einshaft Ja Alter Ich krieg ganz einen Schaden Ja Vor allem von wo Ich weiß doch gar nicht wo wir jetzt weitergehen sollen Weil da hab ich ja niemand auf Karte geguckt Oder wäre die ganze Masse da irgendwie nieder klatschen müssen Weiß das nicht Zerstör den Bunker Wir müssen wahrscheinlich oben lang Oder was zeigt die Karte an Irgendwo da oben bei dir Wir müssen oben lang Weiter Ist mal das Nachladen unterwegs schonmal Weil Hat auf jeden Fall ein bisschen viel Magazine gefressen Oh das ist ja Ehrlich? Na klar Da kommt der ganze Schaden her Bye Durch das Geschütze oder wat Ja Die Mini Geschütze sind wirklich nervig Das ist das Problem Vor allem stehen die mit einmal wieder irgendwo rum Ja Das ist Oh Wheelie Badass Kacke hier Wo kommst du denn jetzt hier du scheiß Geschützturm So Wo müssen wir jetzt lang Hallo Oben lang Okay Oh das wird auf jeden Fall schwer werden Wenn das jetzt schon so mit 25 Leveln hier Deswegen sind ja auch eigentlich Oh Juck 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 Die optimalen Quester Ich glaub hier lang Deswegen sind ja auch die Quester ne Mhm Dass halt das ans Optimale rankommt wie es sein soll Ist irgendwo Heilung drin? Nö Vor ein paar Jahren habe ich mit Wilhelm deine Freundin Tannis besucht Wir haben sie stundenlang verprügelt und in ihr aus den gebrochenen Fingern Aber wir haben sie leben lassen Denn so sind Tay Die Zeiten Glauben Ich war's nicht Ja ja War nix Ja ja Centrus War doch gar nix Nein 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 War ja nix War ja nix Oh schon mal dein Panzerfaust raus Ich hab keine Monizone dafür Ja Na das ist natürlich jetzt Das ist jetzt natürlich kacke würde ich sagen ne Hm All den Bist du jetzt Oh den gibst du hier gleich schon wieder Moni oben Jep All den wirst du jetzt brauchen Mein Freund Den wirst du jetzt brauchen Ah ich muss mich mal hier grad quietsch 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 machen Ah ja So siehst du mal Slap-Hilfskopter Die gehen jetzt alle down Hier kannst du einkaufen Ich guck euch schon mal ein paar Dinger hier Erstmal leben Oh geil Ah das lädt sich gleich wieder auf und schnell auf So Ah Ah Und seine Versager konnten einem Bunker nicht knacken Und Hallo Hallo Bist du Oben Ich war ihm das Geschütz schon mal weg Ja So Ja ja Eins weniger Oh Wo ist denn das Unter hinten Bye Wow Wow Ich weiss sie sind geil ne Hahaha Nein fuck Autsch Autsch ob damit weiß ein signallicht danke eingeschätzt ja ja der musste pass auf kranken scheiße und jetzt müssen wir auch weiter naja pass auf das kommt wieder oder ja immer wenn was zerstört haben aktiviert sich das links und rechts rot komm mal da ist noch eins ja ich nehme den scheiß wixer schon mal platt jetzt kommt sie wird sich bei mir nicht rot aber keine schon unterwegs stress nicht schon unsere aufgabe vor allem wirst du trotzdem doch jetzt geschützt da ist auch noch eins macht du das andere macht das hast du denn nein ich habe gar nichts vielleicht den hotlauter hinter uns ja ja den schaffe ich der ist noch gut gestorben durch mich wenn ich die ganze zeit hier draufstehe ich wollte eigentlich rüber nein nein ich wollte das Vielen Dank.